Hey Leute, ich habe Freddy Fazbears Pizza in echt gefunden. Wir gehen jetzt erst mal hier auf Safari. Wir gehen jetzt mal auf Freddy Fazbear. Die ist mir aber richtig eingegangen. Es war am Anfang groß. Hier ist das Ergebnis nun mal, oha. Dann Fazbear Clown. Dann S. Dann wieder raus hier. Pizza. Jetzt. Tobt euch das an. Tobt euch das an. Was? Wo ist das? Das ist verflucht. Wir müssen noch mal gucken. Hier. Das ist verflucht. Hier. Das ist verflucht. Habe ich irgendwas falsch geschrieben? Wir gucken noch mal. Hier. Hier. Freddy Fazbear's Pizza Place existiert. Leute. Freddy Fazbear's Pizza Place. Was geht ab, Junge? Was? Warte, wir gehen. Was? Das ist doch nicht für die Fazbear, Junge. So, hier ist... Ist das da gerne? Ist hier für die Fazbear? Ist da dahinter? Das ist so krass. 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 Auf die Gesichter. Das ist so krass. Aber halt. Also, ich fühle das nicht. Das stand einfach. Das war Pizza Place. Ich kann da anrufen. Aber das klappt nicht, oder? Wegen der Sinnkarte. Klappt das ja nicht. Aber so. Ja, siehste. Ist ja nicht echt, oder? Entweder liest er meine Sinnkarte. Oder man kann da wirklich anrufen. Also, wirklich krass.